Jo Leute und wieder willkommen zurück zu das Verklopptprojekt mit Flash! Mhmmm, ein kleinkloss. Ich bin immer noch am Essen. Kurze Pause, er muss umgekehrt noch was ist, Maul stopfen und dann was sagen. Ey, diese neuen, ich nennen... Die neuen Kaubonbons, ne, de Brazil Edition, die ist auf jeden Fall geil. Ananas schmeckt da am besten. Okay, keine Ahnung. Ich kann doch jetzt nicht sagen, dass es von dem 2 ist. Hör doch auf, Mann! Mobb mir doch jetzt nicht! Ja, ich geh jetzt mal wieder zurück, ich muss doch weiter machen. Danke? Hä? Boah, die knacken gar nicht mehr, die alten Dinger haben immer geknackt, wenn man da drauf gebissen hat. Oh... Der Flash Hold! Nein! Ich fand das immer nur das Interessante dabei. Achso. So, ich muss das mal noch Yu Yu Meta holen. Übrigens hab ich das Portal noch umgesetzt gehabt, ne? Hab ich das Portal? Ja... Dass ich jetzt bei mir direkt... ...und dann zu den Kisten hinkomme. Achso... Uninteressant. Voll doch. Brauch... Brauch keiner zu wissen. Wirklich? Ich kommte eh keiner besuchen. !!!! Näääääääää. Keiner mag mich. Doch, vielleicht mag mich den, ja? Sonst würde er auch nicht mit mir aufnehmen. Nee. Ich mach das nur noch aus mitleid. Ja Ja... Hätte ich jetzt auch gesagt. Schwöre. Was für ein Lügner! Nein. Doch! Hat auf jeden Fall schon was, das hier... ...ich finde es schon geil. Bringmut. So wie ich halt bin so geil. aber nicht ist aber so keine dirty 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 das kann jetzt mal weg die stufen können weg oder so dann passt das ja läuft bei dem ja jetzt habe ich ein zu kurz gemacht das kann ich auch von unten anfangen das fangen wir mal von unten an jetzt geht doch nicht wenn das ein zu kurz ist jetzt habe ich keine von den bonbons mehr jetzt muss ich wieder nach oben laufen ich habe nur drei mitgenommen das ist das schlimmste und ich hab du es jetzt schon wieder in seiner knuddel channel alter wie kann man das ist schon sowieso schon so wie kann man seinen channel knuddel channel ich sag nix ich sag nix ich sag nix das geile ist der channel ist nur dafür da wenn er seine ruhe haben will ja das ist glaube viele beteiligten das das beste ich glaube das ist für alle beteiligten glaube das beste wenn er da seine ruhe hat dann habt ihr auch eure ruhe warum da habe ich ihn in seinen channel runter gemufft weil er bei mir drin war warum er rufte mich jetzt mal raus und fragt mich wieso ich ihn runter gemufft habe ich habe gar nicht darauf geantwortet ehrlich ehrlich gesagt so was sagst du immer ja ist für die einfachste antwort warum denn juckt das ich dich so hier kommt jetzt noch ein treppenstuhl hin siehst du machst das gleiche nein nein jetzt ist der gröbel runtergefallen was genau so wieder du oh nein oder doch doch nein nein fertig hier oben in der grasplattform uuuhh hast du alles mit dem filler gemacht ja ich weiß du wurst mit der hand überhaupt scheiße gewesen du bist ne wurst und welches immer noch dabei haben wir das lustig gewesen ja so machen wir dazu voll und schön für meine zuschauer dann ne er ist halt äh sendes in action heißt das dann ja 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 nur dass er keine action ist nur lange weile dann ja ich habe mich schon wieder selbst übertroffen ich glaube ich habe mich selbst übertroffen doch ich bin schon wieder so awesome so awesome doch ich habe mich schon wieder selbst übertroffen mit dem was ich hier gemacht habe doch so jetzt muss ich später nochmal gucken wie ich das hier machen will äh äh wir nehmen das ja auch nochmal alles aus Holz ja das war auch wieder wie eaaaah blablabla 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 so und dann kommt ihr Airblock dann kommt ihr Trepp nach oben hier kommt keikel wenn selbst die ganzen leute immer für jetzt oder ho dies ist auch so mit leuten wort alter was gang gäbe es machen das erst mal weiter ich weiß jetzt nicht was sieht besser aus gut bestimmt nicht ich lass das mal hier so galvin kommt der galvin das mache ich immer weil ich das sowieso und außerdem ist das bei mir macht der gewohnheit immer wenn leute reinkommen und mir auch gucke ich immer gehen jetzt in support channel ein oder einen anderen channel wo die hilfe brauchen gut ich müsste auch schon mittlerweile mit kloppen center hier aufbauen wieso kloppt ich habe keine autarktik jetzt wenn was läuft denn bei mir hier falsch also das ist doch kerke obwohl die 200 vollen kriegen wir voll das sage ich jetzt schon weil mir jetzt schon wieder die hälfte der ganzen sachen fehlt warum kommen mir einfach hier kürbis in gegenflogen wo fallen die denn hin ich verarschen durch welches warum kommen kürbis hier hin das kann ich das ist eigentlich ein ding der unmöglichkeit dass hier kürbis hinkommen egal zu not zu not gehen sie da hin ich war aber nicht ich weiß nicht warum jetzt ist schluss du laberst nur stuss hier sind keine samen mehr drin das so habe ich gerade keine pech kann ich nichts mit anfangen habe gerade keine 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 also dem magnet habe ich aus das ist supi nein wie schauts denn hier hinten aus ich muss hier mal ein paar bäume austauschen dass das problem ich will das jetzt leimboot jetzt angebaut wird was denn die wir in das bank wurde aktualisiert also gleich die ganzen stecks hier wegschmeißen ich will dir keine kirschbäume mehr haben ich will erst mal das leimboot haben die packen auch noch mal rüber ich mache mal knet ankommen alles für den von die großen menschen sitzen nein glaube ich habe da ein sitzling von oder so ein kann sein aber mehr auch nicht na du brauchst doch glaube ich neun stück davon oder so von denen selbst liegen hier ist es gerade nicht kann ich dir leider nichts sagen auf jeden fall paar aus zu von welchen in den anderen bäumen schon ein paar oder wie naja gut was unten ist habe ich ja welche und so auch ein paar einzelne habe ich noch die ich jetzt das holz nicht so super finde aber die sitzlinge halt habe ja ne ich meine zum hinpflanzung schon machen ja ja kannst ja paar kirschdinger nehmen kannst im walnuss oder so schon mal nehmen kannst ja nehmen limone noch nicht da habe ich jetzt noch nicht so viele von silverleim habe ich glaube ich viele ja von jedem so ein stick habe ich hier schießen hat das ist so eine andere baumsorte silverleim habe ich jetzt so 14 ja gut brauchst du nur anpflanzen euch nur einen anpflanzen und eben machen das ist jetzt nicht so die wildnis die wildnis mhm hätte ich das jetzt eher gewusst ne dass das doch so ist dann hätte ich vielleicht die alten setzlinge behalten die halt durch immer nicht brauchbar waren im nachhinein für mich die ich dann dir geben können ja das ist aber die sind alle vernichtet worden warum sind die kirschbäume werden keine kirschbäume angepflanzt die einzigsten zwei also zwei mal zwei sind die schießen hat die walnuss sorten und dann gibt es und drei mal drei und es gibt es gibt auch einer der hat drei mal drei plus den kannst du sogar vier mal vier oder fünf mal fünf setzen sind noch schlimmer so jetzt mache ich lemon tree das ist ja das brauchst du aber vier setzlinge für doch so schon vier er hat ja noch hinten beim also vorne bei mir in einer trug habe ich jetzt quasi zlinge da sind viele bäume die brauchen nur ein dieser mond dann hat auch jeder hat pulver und da man leicht hat die lärche einer lärche ist eine so 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 warum habe ich schon wieder genau zitrus denn dann sagt nicht dass da schon etwas reingekommen ist nein sand ich muss das immer alles wegpumpen hier bald weil ich viel walnussholz noch drin ist das ist unglaublich 265 jawohl 284 dann pflanze ich die hier schon mal also du bist jetzt da lang warte mal wo bist du jetzt lang gegangen durchs portal und bist jetzt schon weg komplett bin noch hier ja warte mal genau komm her ja da hier sind jetzt auch noch welche in der kiste sind nicht viele ne also die silberleim dieses pinke da was du siehst ne stimmt gar nicht dass es getauscht und das muss so allein ist das und sonst ist eigentlich nur noch ganz und die skräuliche balsa habe ich noch gar nicht gemacht und ganz unten rechts ist das cheese nut mit so einem helleren gelb jetzt muss ich was nehmen oder alles außer sweet cheese nut ist vierer aber ich will gern von jedem mindestens noch fünf setzlinge haben was 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 bei vier mein ich nennen nur ganz kritik ist einer nur ganz unten rechts das sweet cheese nut da ist es wie schießen hat ist zweimal zwei der rest ist eins die jetzt noch drin sind außer der kommen der ist ja auch noch da drinnen der kommen wohl nach uns kommen hinten säcke gegen gegen das ist dort die 64 raums kann ich gleich wieder nachlegen dann machen wir es mal so da ist das kräftigen ding